im heutigen video habe ich sehr interessante informationen für dich es geht um die statistiken der wichtigsten situationen beim golfspiel mein ziel ist es dir heute zu helfen deine schwächen und stärken zu finden weil wenn du deine ergebnisse zu den ergebnissen von anderen golfen in dein handicap vergleichen kannst dann kannst du besser sehen woran du arbeiten solltest bevor ich dir die informationen gebe möchte ich dass du deine ehrliche antwort zu den folgenden fragen aufschreibt so bitte passiere kurz das video und hol dir einen stift und papier so die erste frage wie weit schlägst du deinen driver in meter und wie oft triffst du das fairway dann wie oft triffst du das grün in regulation zum beispiel beim par 4 wie oft bist du mit dem zweiten schlag auf dem grün die dritte frage wie oft schaffst du up and downs aus 25 meter wie oft schaffst du es mit einem ernährungsschlag chip oder dem pitch und dann mit nur einem putt und dann wie oft schaffst du es aus dem bunker den ball so nah an die fahne zu spielen dass du nur einen putt brauchst und dann bei dem putten ist die frage wie viele putts hast du pro runde insgesamt über 18 loch denk bitte daran dass wenn du vom vorgrün puttest dann zählt das nicht aus ein putt dann möchte ich wissen wie oft du drei putts hast über ein 18 loch runde und die letzte frage was ist dein durchschnittsergebnis für 18 löscher jetzt zeige ich dir die statistiken von golfern von vier verschiedenen handicap klassen die statistiken habe ich erstellt durch die beobachtung von meinen schülern über die letzten fast 30 jahre in dieser zeit habe ich golfern von allen spielstärken unterrichtet und beobachtet auf vielen vielen golf reisen und ich habe die statistiken aus dem internet verwendet von firmen wie akos golf shotscope und shotlink ich denke die sind ziemlich genau und auf jeden fall gut für dich weil jetzt kannst du deine ergebnisse deine statistiken vergleichen und sehen woran du arbeiten muss so wenn es um drive länger geht schaffen die handicap nur spiele um die 235 meter das ist gesamt und die treffen 50 prozent der fairways handicap 10 schafft im schnitt um die 210 meter und schafft 45 prozent fairway treffer er trifft das fairway 45 prozent der zeit ein handicap 20 spiele schlägt im schnitt 195 meter und hat eine fairway trefferquote von 40 prozent handicap 30 schlägt im schnitt 185 meter weit und hat ein trefferquote von 35 prozent handicap 40 ist unter 160 meter und er trifft 30 prozent unter 160 meter und er trifft 30 prozent der fairways bei greens in regulation schaffen die scratch spiele 10 grüns die handicap 10 6,5 grüns von 18 handicap 20 nur 3,5 grüns handicap 30 2,5 und handicap 40 ist unter 1,5 greens in regulation für 18 loch bei den up and downs und sand saves ist es so dass der handicap nur spiele bei den 25 meter up and downs 50 prozent der zeit nur ein putt braucht und bei den putt braucht und bei den sand saves schafft er es 40 prozent der zeit mit einem bunkelschlag und ein putt ein handicap 10 spieler schafft 30 prozent seine 25 meter up and downs und 20 prozent seiner bunkelschläge bei handicap 20 ist seine up and down quote 20 prozent und bei seiner bunkelquote schaffte schaffte es 15 prozent der zeit nur ein putt zu machen bei handicap 30 ist sein up and down quote unter 20 prozent und seine sand saves 10 prozent also 1 von 10 und bei handicap 40 sind die erfolgsraten niedrig beim putten das ist interessant der handicap nur spieler braucht 31 putz pro runde mit 1,33 putz pro 18 noch runde handicap 10 spieler brauchen 34 putz mit 2 3 putz pro runde handicap 20 braucht 36 putz mit 3 3 putz ein handicap 30 über 38 mit sehr vielen 3 putz und bei handicap 40 brauchst du leider über 40 putz pro runde und ja sehr viele 3 putz und zum scoren ein handicap nur spieler schafft niedrige 70er runden im schnitt ein handicap 10 ist irgendwo zwischen 80 und 90 ein handicap 20 spieler spielt zwischen 90 und 100 handicap 30 ist über 100 bis 110 und handicap 40 spieler spielt über 110 so ich denke dass du jetzt wirklich sehen kannst wo es bedarf gibt bei deinem spiel ich werde dir aber mitteilen was ich denke ohne dass ich dein spiel gesehen habe das wichtigste für dein handicap ist wenn du scratch spieler bist denke ich denke dass green in regulation dein schwerpunkt sein sollte du kannst alle schläge wenn du es schaffen kannst mehr grün in regulation zu treffen wirst du mehr birdie chancen haben und weniger bogeys ein handicap 10 spieler kann schon gut golf spielen er hat schon gute golfrunde gehabt und da ist die anzahl der 3 putz pro runde sehr sehr wichtig ich denke die reduzierung von drei putz ist viel leichter zu erreichen als zum beispiel den ball 10 meter weiter zu schlagen bei handicap 20 ist das kurz spiel sehr entscheidend die up and downs und da meine ich die up and downs von ungefähr 25 meter über die aber nicht nur die up and downs von guten lagen sondern auch aus dem rough und auch aus dem bunker gehe weniger auf die range du kannst jetzt schwingen du hast tausende bälle schon geschlagen stattdessen investiere deine zeit in dein kurzen spiel so wenn du handicap 30 hast denke ich dass die drive genauigkeit absolut der wichtigste bereich ist für dich so wirst du weniger strafschläge vermeiden und wenn du es schaffst den ball einfach mehr im spiel zu behalten kannst du deine neu gelernten fähigkeiten einsetzen und richtig gut scoren wenn du ein handicap 40 oder 50 hast möchte ich dass du auf dein kurs management achtest das sehe ich immer wieder wenn ich mit golfen auf der runde bin mit höheren handicaps dass sie unglaublich viele schläge sparen könnten wenn sie sich zum beispiel zu der ungefährliche seite des fairways ausrichten würden wenn sie den richtigen schläge nehmen würden von unterwegs und du würdest so viel besser scoren wenn du auch manchmal vorliegen würdest wenn du es einfach schaffen kannst den ball im spiel zu behalten und die strafschläge dadurch zu vermeiden wirst du drastisch dein handicap verbessern ich hoffe dass du dieses video genossen hast ich fand es sehr spannend das zu machen ok jetzt habe ich einen 70 meter annäherungsschlag es ist Zeit mit einem birdie abzuschließen das ist an der wilde blöden kick in aflarn kick in between gut tschüss tschüss tschüss